So, jetzt kommt der dritte Punkt und jetzt brauche ich da eine volle Aufmerksamkeit. Und weil einige von euch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, im Montag-Feierabend-Modus sind, mache ich jetzt mit euch eine hochenergetische spirituelle Übung, die kommt aus dem Himalaya, die blitzschnell alle Chakren aktiviert. Ich mache das mal mit Jürgen vor. Die nennt sich Rangeln. Rangeln. Du suchst dir einen Partner, es kann auch jemand sein, der fremd ist, den du besser kennenlernen willst. Und wenn ich sage Rangeln, dann fängst du richtig zu Rangeln. Okay? So. Und du wirst sofort merken, all deine Chakren sind wach. Also such dir bitte einen Partner oder eine Partnerin. Und drangeln. Und drangeln. So. 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 S small